hallo und herzlich willkommen hier zur 24 folge von maschinki hier auf mikrohasa tv ich bin der ice wagon und begrüße euch wieder ganz herzlich zurück so in der zwischenzeit gab es wieder mal ein update vielleicht gab es wahrscheinlich bis zu dem punkt wo das video kommt wahrscheinlich noch ein paar weitere updates aber zumindest von jetzt an bis verletzten aufnahme an bis jetzt zumindest gab es ein update und hinzukommen sind zum beispiel unter anderem können wir sofort mal zeigen nämlich ein paar neue wagons also das ein paar eigentlich mal nicht nur einen aber selbst der eine ist doch schon mal was gibt mich neuen eisenwaggon jetzt gibt es den ignas schuster sondern auch den schuster 2 und der kann nicht nur vier tonnen sondern sieben tonnen laden und kann also ein bisschen mehr transportieren und ja im endeffekt lohnt sich denke ich und wenn wir quasi bräuchten fünf davon um 20 tonnen zu transportieren oder wir nehmen drei davon und können 21 tonnen transportieren macht natürlich einen unterschied brauchen wir allerdings kohle für um das zu kaufen so hier haben wir jetzt was haben wir denn hier was ist das für welche das kohlewagen ja es sind kohlewagen wenn ich das richtig sehe ist das ein kohle zug genau der kohle zug von für die gießerei so den wollten wir modernisieren da sollten neue wagons ran und dann nehmen wir die hier nämlich die fax wagons und nehmen wir zwei oder drei was fahren hier für welche die fahren mit drei durch die gegend nehmen wir auch drei egal wir haben es ja und die route bleibt dieselbe sein nächstes ziel wäre allerdings die gießerei da kommt er besser hin und da lassen wir ihn fahren also verschwunden und verkaufen war die restlichen wagons die hier übrig sind wieder oder holz bretter viel sogar weil die uns sogar holz gekostet haben und demzufolge haben jetzt genug holz um uns hier weiter einzukaufen und tada wir sind im dieselzeitalter ja also herunter freigeschaltet drittes zeitalter wir sind jetzt offiziell im dieselzeitalter haben wir uns jetzt das erkauft ich freue mich allerdings haben wir gesehen alles noch auf englisch aber es ist mir jetzt so was vom schnuppe ob das englisch ist ja da komme ich mit klar so ihr seht hier early diesel age wir machen mal pause dann gucken wir uns doch mal in ruhe an so wow this time i have really amazing news sources at the ministry of industry suggest that recently in recently in this region prospectors found small deposits of black gold also oil the government naturally saw the potential of this and the ministry is already using subsidies subsidies to attract investors to dwell so yeah there is almost certainly more oil out there and if we act quickly we could make a solid profit from this from this oil discovery will come industries for fuel and chemicals so we have a great opportunity to improve our locomotive fleet with diesel powered engines it will need us to invest but the rewards will be great so um es nicht also kommen müssen wir das investieren wieder um das nächste dann wiederum zu kommen also diese ist das für diese alter um dann in das richtige diesel zu kommen müssten wir das investieren das wären wir 1953 allerdings sowieso der punkt ist nur 1953 das nächste alter gibt es natürlich wiederum noch nicht somit macht zu wenig sinn da zu investieren aktuell wir werden natürlich da ein bisschen rein arbeiten jetzt noch aber die zeit nehmen wir uns so wir haben wir eine aufgabe your your wing oil oder öl ja ja so was wir machen requirement transportiere 200 öl also quad oil to any refinery dafür kriegen wir 200 davon also 200 geld tokens also 200 geld machen wir natürlich pinnen wir mal an das dann muss er nicht anpinnen das das ist fertig die kirchenruine ist fertig juhu so können wir abschließen sehr schön dann können wir auch den zug jetzt reinholen wo ist denn der der hier auf dem rückweg jetzt sein müsste mit dem eisen wo ist er jener hier ist jener so wo ist der zug wo bist du da ist er eisen von witten nach kirche jener du fährst bitte ins depot und hat schon noch einen ganzen haufen eisen dabei aber egal wie jagen einfach ins depot und dann ist gut wie sieht es denn hier mit der produktions und holz aus naja 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 so ja meine raffinerie raffinerie beim mörs guckt mal hier steht einer die gucken wir uns mal an guckt euch das an sieht die nicht schnieke aus kann aber laufen lassen die flamme oben natürlich auch sich schön brennen ja guck mal eine schicke schicke raffinerie schick schick so was haben wir denn noch ein bisschen mehr als andere mehr dazu gekommen nicht nur die raffinerie sondern auch öl logischerweise was haben wir hier noch eine raffinerie die braucht zweimal oil um einmal öl herzustellen also das ist crude oil also rohöl nehmen wir stark an und da ist dann so da kann man hier das noch ach da werden noch andere sachen produziert guck mal so eine kisten hier werden kisten produziert und geld so propane plant this plant produces canisters of propane which can be delivered directly to towns for domestic use ah ok es ist eine art waren die wir denn hier in die städte transportieren können werden allerdings noch nicht angenommen weil die keinen shop habe ich hoffe die kriegen irgendwann auch noch mal einen shop automatisch weil verbessern kann ich die stadt jetzt nicht mit dem shop hier bin ich mal gespannt dass wir jetzt ein neues spiel starten müssen um diese shops zu bekommen in der stadt erwarten wir erstmal ab es wäre erstmal geduldig und wir haben natürlich demzufolge auch neue neue locks bekommen wo kriegen wir denn crude oil her ist erstmal die frage wo kriegen wir das öl her raffinerien habe ich was ist das hier factory ok da können wir das öl hinbringen da kriegen wir denn auch dieses propan wieder oder halt so ein token so ein öl token auf jeden fall schon mal bei einer raffinerie ist immer keiner ne ne da kriegen wir diese öl tokens oder wir bringen holz und eisen hin da kriegen wir auch irgendwas hier propan und ein holz token immerhin aber farbstoffe noch herstellen seht ihr ein bisschen was übersetzt ist hier sogar schon ja da kriegen wir auch wieder fertilizer plant ok also viertel lassen der dünger ne ok kriegen wir auch wieder tokens ok so aber wo kriegen wir denn das öl überhaupt erstmal her ha das müssen wir nämlich erstmal jetzt finden das war irgendwo möglichst in reichweite ach hier ist ein shop guck mal hier ist ein shop ein geschäft in wilhelmshaven hier ist sogar eins schon entstanden im wachsen mit die städte schneller ich hoffe dass natürlich auch in den anderen städten auch noch shops entstehen hier kriegen wir öl guck mal hier in den ganzen gebieten wo wir so zugegen sind gibt es natürlich nicht mehr wir müssen uns weiter aus ausstrecken um irgendwo öl reinzukriegen hier hier an dem strang kann man das gut machen weil hier ist eine raffinerie da ist öl da können wir öl holen so secondary ölquelle und eine desalination plant hier gibt es auch schon einen shop das ist schon mal sehr schön in hildesheim gibt es einen shop sehr gut da können wir nach hildesheim liefern kann hildesheim noch weiter wachsen seht ihr sehr gut gut wir wollten ja eh ausbauen wir haben allerdings statt personen auszubauen erstmal hier weiter ausbauen in der hinsicht wir haben hier einen zug drin ach so den haben wir her geschickt genau verhökern wir einfach direkt oder oder wir holen einfach mehr eisen ab und nutzen die lok dafür denn wir könnten jetzt hier los die staunen sich zu warum weil sie sich gegenseitig im weg stehen verstehe einen moment hier gibt es einen gegenseitig im weg stehproblem behoben werden muss so wenn der jetzt da rausrückt dann müsste er hier ja 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 jetzt hätte er sich hinterher wie doof naja gut ok die verkeilen sich hier nämlich da müssen wir abhilfe schaffen wie machen wir das wir lassen ihn erstmal fahren du fahr kriegst manuell grün so und du wartest mal bitte muss man hier mal kurz entzwicken die zügel sind zu lang geworden ich stehe nicht jetzt schon gegenseitig im weg hier ja aber er da blockiert mit dem hintern er blockiert da wird natürlich hier ein signal hinsetzen das problem ist nur dann ist mir das zu dicht hier aber wir müssen wahrscheinlich um das auf dauer so hinzukriegen dass das funktioniert so ich gebe dir die erlaubnis zu fahren start und du darfst auch fahren so dann haben wir uns erstmal hier entzwickt und dann können wir die wagen nämlich hier kürzer machen Waggons für Eisen so Schustel will ich haben eins zwei drei vier ist das ding 3,73 lang warte mal vier mal acht sind 32 und fünf mal sechs sind 30 ist länger aber wir hatten ja sechs wagen hier dran aber gut sechs wagen können 24 transportieren aber hier können vier wagen 21 transportieren ja gut passt schon so Route wird allerdings angepasst ähm die müssen wir hier mal rausnehmen Gießerei Witten und Wenden das bleibt alles drin und dann kommt stattdessen nehme ich hier das hier rein also das da und dann Position bis hinten fahren Wenden und einmal umbenennen Eisen Witten nach Werkzeug Werkzeug Hildes bestimmt schon die drei oder so so umbenennen starten Gießerei ist der nächste Punkt wir gucken uns die jetzt mal an die neuen Waggons aber natürlich in der schöneren Ansicht so so das Warenhaus hat 300 von Eisenerz seiner Kapazität erreicht ja ist mir klar hier muss mehr Kohle hin das ist mir seht ihr der fällt jetzt schon halb voll wieder los mit dem Eisenerz oder fast ganz voll so guck mal da haben wir die neuen Waggons an guck mal da sinds ja na ich könnte mal Pause machen so wenn wir uns die mal in Ruhe angucken können hier so guck mal sehen die schick aus neue Eisen Waggons sieht ja gut aus oder ja lass mal wieder fahren fahr weiter frisch fahr weiter so haben wir es hoffentlich wieder entzwickt hier an der Stelle ist die Kirche jetzt eigentlich bei Jena jetzt auch repariert worden offiziell also optisch auch gucken wir mal würde mich ja mal interessieren Jena ist äh hier Jena hat so ein bisschen schönen Shop bekommen auf jeden Fall die Kirche ist jetzt ja die Kirche ist saniert worden wenn ihr richtig geguckt ja da ist eine neue Kirche dran und teilweise kriegen die Nester hier jetzt auch einen Shop allerdings ist der Bahnhof immer nicht in Reichweite das natürlich ein Problem ist ne muss man extra jetzt hier einen Bahnhof an den Shop ranlegen so und da ist Oil da ist Raffinerie da ist auch Öl da ist Factory ja da müssen wir erstmal natürlich reinkommen in das neue wieder hier kommen wir hier an den Shop ran hier sind wir in Reichweite zum Shop auf jeden Fall so er darf das annehmen genau er darf das annehmen und er natürlich auch also egal wer es hier jetzt äh geliefert bekommt also in welchem Wege das reingeht ob nur hier oder da spielt keine Rolle aber ihr könnt jetzt natürlich auch von hier rein fahren ne müssen wir mal schauen so also ich wechsle die Schatten nämlich schneller wenn wir das ja auch liefern aber das machen wir dann so Baumstämme haben wir in der Zwischenzeit null wieder mal aber Bretter haben wir schon schön viele da ja jetzt haben wir so viele Bretter hier wo ist denn der kleine Minizug der hier Kohle und Bretter hin und her eiert der hier so geht da ein bisschen Kohle ja müsste so können wir hier noch was ausbauen nur noch den Schuppen für Lampen können wir setzen und den zweiten Minenschacht wenn wir genug dafür hätten aber den Schuppen für Lampen können wir platzieren dann können wir noch mehr Kohle hier machen brauchen wir ja noch mehr Kohle aktuell an der Stelle Gott die Züge ist so viel los schon guckt euch das an es ist enorm was hier schon los ist naja Bretter haben wir da Kohle keine mehr Eisen ein bisschen also Kohle ist Mangelware wir haben natürlich auch will ich euch mal ganz schnell zeigen wenn ich euch das nicht vorenthalten natürlich auch neue Loks und Waggons bekommen hier haben wir in den Loks gucken wir mal bis hierhin kennen wir es ja ja und jetzt kommen die neuen guck mal die BR3 die es für Geld und Eisen gibt die BDZ 52 ja du hast ja recht die BDZ 52 und die EMD F3 ja also ich wäre jetzt sehr angetan von der BDZ 52 für den Güterverkehr für den Güterverkehr 800 PS klar die EMD F3 ist natürlich auch der Hammer fährt natürlich auch ein bisschen schneller aber ich glaube die ist nur zu groß die würde ich eher für den Personenverkehr nehmen zumal ich auch echt viel von den Diesel-Tockens brauche also von den Öl-Tockens her und darf nicht vergessen dass die das ja auch an Betriebskosten dann hat da muss man das erstmal gut produzieren ausreichend bevor man da anfangen kann das zu machen wir müssen aber unbedingt mal die ganzen Züge modernisieren das ist ja so extrem hier alles so da ist ein Kohlezug und hier ist der neue mit mit Eisen beladen jetzt übrigens ja guck mal so siehts aus jetzt wenn er voll geladen ist mit Eisen 21 Tonnen auf einen Rutsch auf Entschuldigung Entschuldigung ich hab mich ja verrechnet stimmt das sind ja 28 Tonnen 3 Waggons werden ja 21 Tonnen also kann man ja nicht beklagen der Zug ist warte mal vergleichen wir mal den mit einem anderen Eisen wo ist und der hier hinten kennt einer irgendwo hier hinten ist da einer hier der hätte jetzt eine Länge von 4,05 und kann 24 Tonnen laden und der lädt jetzt 28 Tonnen und hat eine Länge von 3,73 also ne dahingehend ist er besser weil kürzer und kann mehr laden die anderen Züge müssen wir alle mal so echt stückchenweise jetzt wirklich mal verbessern ja ist in der Zwischenzeit echt schon schlimm geworden ne echt schlimm gut wir sehen uns aber zur nächsten Folge wieder nächste Woche gehts weiter und dann werden wir hier mal ein bisschen endlich bauen ne dass wir hier Öl rankriegen und bedanken dass ihr eingeschaltet habt und würde mich sehr freuen wenn ihr natürlich wieder eingeschaltet verbleibe bis dahin und sage tschau tschüss und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss